Oh, cancelst du meine Termine, ja? Ja, das ist der Stift, damit kannst du neue eintragen. Du rutschst gleich runter. Soll ich schon mal Platz machen, damit du gut runterfallen kannst? Oh, da sind nur den Zettel runtergeschmissen. Du bist fertig mit meinen Veränderungen. Ja, kann ich den zumachen? Ja, jetzt kommt es nirgendwo mehr ran, ne? Doofe Sache. Wie sie findet immer was. Ja. Das machen wir dann mit dem... Ja, genau, du hast da den Zettel runtergeschmissen. Wie so einiges an mir auch. Wo ist er denn hier landet? E. Ah, da. Ups. E. So, da ist er. Warst du schon fertig damit? Hier ist auch noch dein Fleisch. Nie. Gut. Vielen Dank.